In diesem Video muss ich mal wieder ein bisschen kritisch sein, in diesem Video muss ich mal wieder ein bisschen schimpfen. Und zwar gibt es eine Sache, die mich immer mehr stört, je mehr ich mich damit beschäftige. Und das ist die Verherrlichung von Autismus-Spektrumsstörungen und der damit einhergehenden Symptome oder Begleitsymptome durch Fachpersonen. Ich habe auf diesem Kanal ja schon häufig darüber gesprochen, dass es in der autistischen Community selbst eine Tendenz gibt, die autistischen Eigenschaften und die Diagnose Autismus regelrecht zu verherrlichen. Das ist teilweise und für manche sogar ein sehr erstrebenswertes Etikett ist, Autist zu sein. Das hat damit zu tun, dass mit bestimmten Diagnosen, insbesondere wenn sie nicht oder nur sehr wenig durch die Gesellschaft stigmatisiert werden, teilweise ein erheblicher sogenannter Krankheitsgewinn einhergeht. Bei Autismus und in der Autismus-Community finden wir häufig einen sogenannten sekundären Krankheitsgewinn, dass eben bestimmte Menschen, welche, es ist nur eins von vielen möglichen Beispielen, in der Normgesellschaft niemals es geschafft haben, Freunde zu finden, sich in die Gemeinschaft einzugliedern, die vielleicht Mobbing und Ausgrenzung erfahren haben, dass diese Menschen durch die Autismus-Diagnose und die Identifikation mit dem Thema Autismus ja nicht nur eine Erklärung für das eigene Sein erhalten, sondern vor allen Dingen auch Rückhalt und Gemeinschaft durch andere Autisten beziehungsweise mit Autismus diagnostizierten Personen finden. Und so wird über den Hebel der Identifikation und der Diagnose Autismus ja eben ein sekundärer Krankheitsgewinn erzeugt, dass man eben positives Feedback, Bestätigung, Rückhalt aus einer Gemeinschaft bekommt. Das wäre ein sogenannter sekundärer Krankheitsgewinn. Ja, es gibt aber auch einen tertiären Krankheitsgewinn und der tertiäre Krankheitsgewinn ist der Gewinn oder der Nutzen, der aus einer bestimmten Erkrankung oder im Fall von Autismus-Spektrum-Störungen einem Störungsbild einer Behinderung gezogen wird. Durch das Umfeld, durch Fachpersonen, ja, durch das System. Und das ist eine Sache, die mir immer wieder ganz, ganz kritisch auffällt. Und das ist eine Sache, die mir, ja, zuwiderläuft. Ich möchte das an den zwei großen Themen, Stimming-Verhalten und Spezialinteressen bei Autismus, in diesem Video gleich noch ganz genau ausdifferenzieren, wo ich da einen tertiären Krankheitsgewinn sehe, wo ich hier eine Verherrlichung dieser autistischen Symptome und somit auch von Autismus-Spektrum-Störungen durch Fachpersonen sehe. Ja, warum ist das überhaupt ein Problem, wenn, bleiben wir mal bei Stimming-Verhalten und Spezialinteressen, das durch Fachpersonen, ja, idealisiert wird, verherrlicht wird. Nun, es gibt kritische Stimmen aus den Menschen oder von Menschen, die sich für die Rechte von behinderten, beeinträchtigten Personen einsetzen. Zum Beispiel von Raoul Krauthausen. Das ist jemand, den werdet ihr eventuell von Social Media kennen. Raoul Krauthausen ist jemand, der es zum Beispiel sehr kritisch sieht, wenn Heilerziehungspfleger, das ist nur ein Beispiel, das er nennt in einem Artikel, wenn Heilerziehungspfleger zum Beispiel sagen, dass sie sich darüber freuen und ganz, ganz viel, ja, dass es für sie ein ganz positiver Kern ihrer Arbeit mit behinderten oder unterstützungsbedürftigen Menschen sei, dass sie eben ganz, ganz viel Dank und positives Feedback von diesen Menschen bekommen. Raoul Krauthausen sieht das aus verschiedensten Gründen problematisch, die ich auch unterschreiben würde. Der wichtigste Grund ist aber schlicht und ergreifend der, dass wenn ich mich und meine Arbeit in erster Linie über das positive Feedback und den Dank von hilfsbedürftigen Personen definiere, mich dadurch speise, weil ich denen so toll helfen kann, dann kann das natürlich dazu führen, dass Assistenzpersonen, Heilerziehungspfleger, ein Beispiel des Artikels von Raoul Krauthausen, die unterstützungsbedürftigen Personen eventuell auch, und sei es unbewusst, mehr in der Unterstützung halten als notwendig. Denn wenn man diesen Menschen so helfen würde, dass sie gar keine Unterstützung mehr bräuchten, falls das möglich wäre, sie also empowern würden, dann würde ja im Endeffekt auch die Notwendigkeit, gebraucht zu werden, für den Heilerziehungspfleger wegfallen. Dann würde der Heilerziehungspfleger keinen Dank und narzisstische Bestätigung, sage ich einmal ganz, ganz krass, von den hilfsbedürftigen Personen bekommen. Und unter anderem deswegen, sagt Raoul Krauthausen, findet er das problematisch. Dank ist ein nettes Beiwerk natürlich in der Arbeit als Heilerziehungspfleger, aber sollte nicht die Hauptmotivation sein, anderen Menschen zu helfen. Anmerkung von mir, zumal es auch einfach unterstützungsbedürftige Personen gibt, die vielleicht nicht dankbar sind. oder ihren Dank nicht so zeigen können, wie Heilerziehungspfleger das eventuell erwarten. Und dann kann es natürlich nicht sein, dass ein Profi, ein Pflege- und Unterstützungsprofi, wie ein staatlich anerkannter, ausgebildeter Heilerziehungspfleger, diesen Menschen eventuell weniger oder weniger gut hilft, nur weil sie hier weniger motivierendes Feedback bekommen. So, das alles war jetzt eine ganze Menge, die ich hier angemerkt habe, die vielleicht erst mal off-topic erscheinen mag. Ja, wir sind ja hier bei diesem Video im Thema Autismus und ich habe ja was von Stimming-Verhalten und Spezialinteressen gesprochen. Ja, nein, das ist tatsächlich nicht off-topic, denn jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Wie gesagt, ich nehme es so wahr, dass bestimmte autistische Symptome durch Fachpersonen verherrlicht werden und dass auch Autismus-Spektrumsstörungen verherrlicht werden. Und ich unterstelle, dass das teilweise aus den gleichen Motiven geschieht, wie Raoul Krauthausen hier im Hinblick auf die Heilerziehungspflege und zu pflegende, zu fördernde, behinderte, beeinträchtigte Menschen anmerkt. Auch wenn Raoul Krauthausen hier vielleicht nicht in erster Linie an Autisten gedacht hat. Warum oder woran mache ich das fest, dass viele Fachpersonen autistische Symptome verherrlichen? Und da kommen wir jetzt zum sprichwörtlichen Pudelskern dieses Videos. Das mache ich daran fest, zum einen in der Art und Weise, wie über Autismus und autistische Symptome gesprochen wird. Da ist meiner persönlichen Meinung nach häufig ein Unterton dabei, der das alles ganz großartig findet. Ja, es ist ja so wundervoll und diese Menschen, die sind ja so sensibel und die haben so tolle Spezialinteressen und das gefällt ihnen auch so, in ihren Spezialinteressen zu sein. Und Stimming-Verhalten, das ist so unglaublich wichtig und fördernd für die autistischen Menschen. Das ist ein Unterton, das ist eine Konnotation, die ich häufig glaube wahrzunehmen, wenn ich Beiträge, Videos etc. von Fachpersonen zu Autismus und den autistischen Symptomen lese, mir anschaue. Ich muss dazu sagen, das kann ich natürlich nicht beweisen. Ihr als die Zuschauer dieses Videos werdet jetzt sagen, ja, da hat der Mann im Video zu 100% recht. Diesen speichelspritzenden Unterton habe ich auch schon wahrgenommen. Oder ihr werdet sagen, nö, das habe ich noch überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Es ist ja auch immer, es wird sich nicht 100% objektivieren lassen in diesem Fall. Es hat auch immer etwas damit zu tun, was ist die Vorgeschichte des individuellen Sprechers und vor allen Dingen des individuellen Hörers, zum Beispiel von mir. Auf was achtet man? Welche Ohren? Da wären wir beim Ohrenmodell von Schulz von Thun, wer das kennt. Welche Ohren sind ganz besonders ausgeprägt bei der hörenden Person? Aber was ich tatsächlich mal als ein objektives Kriterium hier anführen möchte, ist, dass wir es in der medialen Darstellung nur sehr selten, wenn überhaupt, finden werden, dass auch die Schattenseiten, die negativen Aspekte von Stimmingverhalten und Spezialinteresse aufgezählt, erwähnt und differenziert besprochen werden. Stimmingverhalten und Spezialinteresse wird in den sozialen Medien fast ausschließlich positiv besprochen. Das ist meiner Meinung nach eine idealisierte Darstellung, die aus einer Verherrlichung einhergeht. Das wäre mein objektives Argument, dass wir hier eine Verherrlichung ganz, ganz häufig haben. Ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir über Stimmingverhalten und Spezialinteressen sprechen, auch die negativen Aspekte erwähnen sollten. Ganz wichtig. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, ja, aber lieber Mann im Video, lieber Tom, was sollen denn das für negative Aspekte sein? Kennst du denn nicht die Literatur? Kennst du denn keine Autisten mit ihren Spezialinteressen und ihrem Stimmingverhalten? Hast du denn gar keine Vorstellung davon, dass das diesen Menschen ganz besonders gut tut? Naja, also, Real Talk. Ich selber habe ja fünfmal die Diagnose Asperger-Syndrom erhalten und ich kenne es sehr gut, wie es ist, selber Spezialinteressen zu haben und auch, wenn vielleicht auch nicht extrem ausgeprägt, es ist, Stimmingverhalten an den Tag zu legen. Und für die Leute, die diesen Kanal schon länger verfolgen, wird das jetzt eine schon regelrecht langweilige Information sein, weil ich es ja so, so häufig schon erwähnt habe. Ich bin auch seit weit über zehn Jahren inzwischen Leiter einer Selbsthilfegruppe für autistische Erwachsene. Das heißt, ich habe viele hunderte bis vielleicht sogar tausende autistische Menschen mit gesicherten Autismusdiagnosen kennenlernen dürfen. Und viele, und das ist vielleicht sogar noch entscheidender, viele dieser Autisten sind auch im Laufe der Jahre meine privaten Freunde geworden. Ja, und da unterhält man sich dann natürlich auch mit diesen Menschen über das Thema Stimming und Spezialinteressen. Und diese Themen waren auch in der Selbsthilfe immer wieder Thema im Laufe der letzten zehn oder mehr Jahre. Und natürlich, ja, kommt man dann auch auf die Schattenseiten zu sprechen. Und dann stellt man fest, ich persönlich habe Spezialinteressen und Stimmingverhalten immer eher als negativ empfunden. Ich weiß, das ist eine Darstellung, die der Beschreibung in der Fachliteratur und den Social Media Beiträgen sowieso widerspricht. Aber das wurde mir auch schon von anderen Autisten so geschildert. Und sei es auch nicht die Mehrheit. Ich gehe ja auch nicht ständig zu irgendwelchen Autisten hin und sage, hey, findest du eigentlich, dass Stimmingverhalten in Spezialinteressen negative Facetten hat? Das mache ich ja nicht. Wobei ich zugebe, dass ich aus reinem Interesse diese Frage auch schon mal ganz offen in der Selbsthilfe oder in meiner Selbsthilfegruppe gestellt habe an die Leute. Hey, wie empfindet ihr das eigentlich? Seht ihr das so oder so? Okay. Und ja, es gibt negative Facetten. Absolut. Stimmingverhalten. Nun, wir müssen ganz klar sagen, persönliche Erfahrung auch, wer zum Beispiel ständig mit dem Bein wippt. Das ist jetzt mal ein ganz, ganz niederschwelliges Beispiel. Kann dadurch eventuell die Leute in der Schulklasse, in der man sitzt, oder auf der Arbeit im Büro extrem stören. Ich habe früher sehr stark mit dem Bein gewippt. Und ja, um inneren Stress abzubauen, ist so. In diesem Sinne war das Stimmingverhalten für mich sicherlich auch irgendwo gut. Aber ich habe immer wieder das Feedback bekommen und wütende Blicke von meinen Mitschülern erhalten, dass es sie einfach stören würde. Weil sich auch der Schall von dem Wippen meines Beines irgendwie über den Boden überträgt und die das dann ständig nervt, diese rhythmischen Bewegungen, während sie eigentlich in Ruhe arbeiten wollen. So, also kriege ich negatives Feedback, dass meine Klasse mir sagt, hey, du störst mit deinem Stimmingverhalten. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich, der als höchstfunktionaler Autist gute Selbststeuerungsfähigkeiten hat, das haben nicht alle Autisten, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, für mich gesagt habe, ja, Stimmingverhalten, das tut mir vielleicht irgendwo gut, um Druck abzubauen. Ich unterlasse es aber trotzdem, weil es die anderen stört. Okay, Punkt. Und ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, es kann ja nicht sein, das ist einfach, das ist einfach alltagspraktisch nicht möglich, dass ich sage, hey Leute, ich habe die Diagnose Asperger-Syndrom, ich sitze hier in einer Gymnasialklasse auf der Regelschule und ja, ich brauche das Stimming halt, um meinen inneren Druck abzubauen und deswegen nerve ich jetzt die 30 Leute in meiner Klasse. Das kann es ja auch irgendwo nicht sein. Noch krasser wird es, wenn das Stimmingverhalten zum Beispiel im Lautieren sich äußert, dass jemand Schnalzlaute macht oder so etwas, ja. Aber es ist ja noch sehr viel krasser. Wir wissen, dass Stimmingverhalten häufig zum Stressabbau, zur Stressregulation eingesetzt wird, aber das finden wir immer wieder in der Literatur und hier kommt mein Hinweis auf meine Internetseite, autismusspektrum.info. Ja, ihr Lieben, ich unterhalte auch ein Fachportal zum Thema Autismus mit ganz vielen Fachbeiträgen von namenhaften Experten, Doktoren und Professor, Doktor, Doktors im deutschsprachigen Raum. Also schaut euch diese Seite gerne mal an und da habe ich natürlich auch Artikel, die sich gesondert mit dem Thema Stimming beschäftigen. Also für die, die neu sind, ihr seht, ich bin nicht völlig uninformiert, was das Thema Autismus anbelangt. Okay, dieses Stimming wird vor allen Dingen ja auch im Hinblick auf die Wahrnehmungsbesonderheiten von autistischen Menschen verwendet. Wenn Autisten empfinden und nehmen nicht nur zu viel wahr, wie es häufig dargestellt wird, das ist eine Falschdarstellung, eine unvollständige Darstellung, nein. Autistische Menschen nehmen sehr, sehr häufig auch zu wenig wahr. Zum Beispiel haben sie eine Untersensibilität auf Schmerzreize. Das ist nur ein Beispiel. Und wenn eine Untersensibilität auf Schmerzreize stattfindet, verwenden autistische Menschen Stimming-Verhalten ein stimulierendes Verhalten häufig als Kompensation für ihre Unterempfindlichkeit. Das kann in Kneifen, sich selber Kneifen, sich Stimulieren zum Beispiel geschehen. Oder, und da sind wir jetzt bei den Autisten, die sich nicht so gut selber steuern kann wie ich und wie die meisten meiner autistischen Zuschauer, bei den sogenannten niedrigfunktionalen Autisten, bei denen, wenn wir die alten Diagnosebegriffe verwenden wollen, kanner Autisten, eventuell auch noch mit einer geistigen Behinderung, legt das, was ich jetzt hier sage, diese Labels bitte nicht auf die Goldwaage. Ich will nur darauf hinaus, dass es sich jetzt hier wirklich um die schwerstbetroffenen Autisten handelt, die vielleicht sogar in Pflegeheimen wohnen, die 24-7 Unterstützung benötigen durch Fachpersonen, die nicht selbstständig leben können. Okay, die gibt es. Und das ist ein nicht unerheblicher Teil des Autismus-Spektrums. Wird ja auch in der öffentlichen Debatte häufig nicht erwähnt. So, und da haben wir häufig welche, die zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, als Stimmingverhalten, um sich selber zu stimulieren. Deswegen ist es ein nicht seltenes Bild, dass autistische, schwerautistische Menschen zum Beispiel Schutzhelme tragen den ganzen Tag über, weil sie eben, ich will mal einfach ganz plump sagen, unkontrolliert, weil ja eben bei diesen Menschen die Selbststeuerungsfähigkeit nicht so hoch ist wie bei mir oder bei den meisten von euch, eben dann, um sich, weil sie einfach das Bedürfnis haben, etwas zu spüren, ihren Kopf gegen die Wände zimmern. Und dass das medizinisch nicht gesund ist, da müssen wir hoffentlich nicht drüber streiten. Ja, negative Facetten von Stimming. Es ist eine negative Facette von Stimming, dass autistische Menschen ihren Kopf gegen die Wände zimmern und deswegen einen Schutzhelm tragen müssen. Und das sind Aspekte, die müssen in der differenzierten Darstellung zum Thema Stimming auftauchen. Meiner Meinung nach. Man kann nicht einfach sagen, Stimming ist so toll und man darf das auf keinen Fall unterdrücken. Grüße geht raus an meine ehemalige Gymnasialklasse, die sich sehr gestört haben durch mein Beinwippen. Ich habe das unterdrückt und ich bin daran nicht zerbrochen. Okay, einfach mal so stehen lassen. So, genug erzählt dazu. Wer mich jetzt noch nicht verstanden hat, weil er mich nicht verstehen will, den werde ich jetzt auch nicht mehr erreichen. Spezialinteressen. Was kann denn daran negativ sein? Wir lesen doch in der Literatur immer wieder, dass Spezialinteressen Freude bereiten, dass sie entspannend sind, dass es Autisten gut geht, wenn sie ihren Spezialinteressen nachgehen können und man sie einfach in Ruhe machen lässt. Ja, das stimmt. Richtig. Aber auch hier sind wir wieder aus einer Metaperspektive dabei, dass insbesondere viele höchstfunktionale Autisten zum Beispiel erleben, dass sie praktisch dazu gezwungen sind, sich mit einem Spezialinteresse zu beschäftigen, das aus gesellschaftlicher Perspektive eventuell auch nicht sonderlich produktiv ist. Das klassische Beispiel. Haben wir einen Autisten, der sich zum Beispiel mit der Klassifikation von Briefmarken oder Insekten beschäftigt oder der sich den ganzen Tag mit historischen Eisenbahnen beschäftigt. Okay, das sind nur Beispiele. Diese Autisten und Spezialinteressen bedeuten per Definition, sich mit einem oder sehr wenigen Interessen intensiv die ganze Zeit zu beschäftigen unter Ausschluss anderer Aktivitäten. Diese Autisten, und das ist eine Sache, die ich selber erlebt habe in meiner Vergangenheit, der zum Beispiel das Spezialinteresse der Ernährungslehre oder Philosophie später hatte, dass man eben Schulabschlüsse nicht schafft, dass man eventuell Ausbildungen nicht schafft, dass man es nicht schafft, sich mit Sachen zu beschäftigen, von denen man aus einer Metaperspektive weiß, hey, es wäre gut für meinen Lebenslauf, mich damit zu beschäftigen, diese Vokabeln jetzt zu lernen. Nein, der Autist ist häufig dann dazu gezwungen, sage ich einmal, weil er seine Aufmerksamkeit nicht aktiv steuern kann. Ja, das ist das Wesen des Spezialinteresses. Darauf fixiert zu sein auf ein Spezialthema, anstatt die Vokabeln zu lernen und einen guten Vokabeltest zu schreiben und somit sein Abitur gut zu machen, sich eben mit der Klassifikation von Insekten zu beschäftigen, mit der der Autist ganz häufig schon selber weiß, später kann er damit gar nichts anfangen. Er steuert aufgrund der Beschäftigung mit seinem Spezialinteresse auf den lebenslangen Sozialhilfe- und Bürgergeldbezug zu. Problem! Problem! Das kann ein übles Gefühl verursachen. Weil man sich selber denkt, scheiße, was mache ich hier, beziehungsweise was mache ich hier nicht? Außerdem, ganz, ganz wichtig, ein Spezialinteresse kann auch anstrengend werden. Und es kann auch so anstrengend werden, dass es einen bestenfalls nervt oder schlaucht. Es kann aber auch gesundheitsschädlich werden, wenn man zum Beispiel nicht mehr auf Toilette geht, nichts mehr isst, nichts mehr trinkt, ja, den ganzen Tag über, weil man bei seinem Spezialinteresse hängt. Das sind alles nur solche Beispiele. Nochmal, das Wesen des Spezialinteresses ist eben seine Aufmerksamkeit nicht aktiv steuern zu können, nicht sich mit anderen Dingen beschäftigen zu können, das Spezialinteresse sein zu lassen. Nein, man ist darauf fixiert. Man ist dazu regelrecht gezwungen, diesem Interesse nachzugehen. Und da möchte ich doch einmal fragen, ist das wirklich etwas Positives, gezwungen zu sein? Ich würde sagen, nein. Auch das eine negative Facette von Spezialinteressen, so viel Spaß es halt auch machen mag. Das sind Dinge, die müssen in die Diskussion. Ihr schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr diese Aspekte zum Thema Spezialinteresse, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, schon mal irgendwo im Internet gelesen habt oder gehört habt, außer auf meinem YouTube-Kanal. Das wird nicht gemacht. Und das finde ich so doof. Und da sage ich auch, dass das Thema beschönigt wird, ja vielleicht sogar verherrlicht wird, durch Fachkräfte insbesondere. Und das ist dann immer auch das Totschlagargument. Also es wird sich ja immer in der Diskussion so gedreht, wie man es braucht. Wenn jemand eine Fachperson ist und diese Dinge kritisieren würde, dann würden Autisten kommen und sagen, was fällt Ihnen als Fachperson eigentlich ein, das zu kritisieren? Sie sind doch selber gar kein Autist. Wir Autisten wissen das alle sehr viel besser. Sekundärer Krankheitsgewinn eventuell, die Motivation. So, und wenn ein Autist das jetzt kritisieren würde, so wie ich, ich kritisiere das als Autist, als jemand, der selber Stimming-Verhalten und Spezialinteressen in ausgeprägten Maße kennt, da haben wir dann ganz, ganz häufig Fachpersonen, die sagen, ja, aber ich bin Fachperson, ich habe die Qualifikation und ich sage, das ist eine ganz tolle Sache alles. Wie kannst du denn da so kritisieren? Hast du eventuell eine internalisierte Autismusfeindlichkeit? Wurdest du für deinen Autismus, lieber Tom, früher gemobbt und hasst deswegen Autisten? Sowas kommt dann da gegebenenfalls, okay? Ja, und ich sehe es kritisch, dass Autismus verherrlicht wird und da bin ich jetzt wieder bei Raoul Krauthausen, weil ja diese Verherrlichung, da gibt man sich ja gegenseitig das Heft in die Hand, sprichwörtlich, dass dann eben auch die Autisten einen sekundären Krankheitsgewinn vielleicht auch von den Fachpersonen, die den Autismus verherrlichen oder beschönigen, erhalten und die Fachpersonen, die das tun, diese Verherrlichung betreiben, bekommen wieder einen sogenannten tertiären Krankheitsgewinn von den Autisten, die dann sagen, jo toll, endlich mal eine Fachperson, die mich überhaupt nicht mehr kritisch sieht, die alles toll findet und bejubelt und gut heißt, was ich so mache. Ich drücke mich krass aus, aber ich möchte auch deutlich sein in meinen Worten, ja. Ja, und ganz ehrlich, wenn das dann dazu führt, dass Autisten, weil sie auch noch bestärkt darin werden, nur ihren Spezialinteressen zu frönen und die Schulaufgaben nicht machen, weil sie es ja nicht können und nicht müssen, weil sie Autisten sind, oder darin bestärkt werden, Stimming-Verhalten, obwohl sie es abstellen könnten aus eigener Willensanstrengung, ohne eventuell, dass es sie allzu viel mentale Kraft kostet. Ich möchte hier nicht sagen, dass Autisten die massiven Leidensdruck bekommen würden, wenn sie ihr Stimming-Verhalten abstellen, dass sie das dann tun sollen. Okay, das ist ja immer eine Sache, die muss in der Waage stehen, Kosten-Nutzen-Verhalten, aber wenn dann ein Autist, so wie ich, ja sagt, hey, ich höre nicht auf mit dem Bein wippen, okay, auch wenn es meine ganze Klasse nervt und ich dafür dann keine Freunde finde oder alle mich sogar hassen oder mich mobben in der Klasse, das ist ja mein gutes Recht, die mit dem Bein zu wippen, weil ich bin Autist und ich habe gehört, das ist ganz wichtig und ganz toll, dann geht das meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Ja, schreibt dieses, schreibt eure Kommentare, eure Ideen, Anmerkungen bitte unter das Video. Das würde mich interessieren. Und bitte nehmt diesen Beitrag hier auch wohlwollend auf. Das ist ein Thema, das eine leichte Fläche gibt für Projektionen, sich getriggert zu fühlen. Leute, die vielleicht immer ausgeschimpft wurden unter meinen Zusehern, die massiv angemacht wurden, die angeschrien wurden, die bestraft wurden für Stimming-Verhalten, das ihnen ein ganz wichtiges, dringendes Bedürfnis war, die können natürlich sich getriggert fühlen durch die Dinge, die ich hier sage. Aber bitte, ich glaube, ich habe das jetzt alles relativ ausdifferenziert dargestellt, habe meine Pros und Contras genannt, habe das auch eingegrenzt, sage hier Kosten-Nutzen-Rechnung, ich selber kenne das, etc. Bitte auch versuchen, ja, wenn ihr euch getriggert fühlt durch das, was ich hier sage, hier das ausgewogen, aber trotzdem noch zu sehen, wohlwollend aufzunehmen, mich nicht auf winzigste Formulierungen festzunageln. Es ist nicht möglich, in einem 20-30-Minuten-Video sich immer korrekt bei einem ja so fast schon politischen Thema auszudrücken. Das stößt an die Grenzen meiner menschlichen Fähigkeiten und letztlich empfinden ja auch verschiedene Zuschauer dieselbe Aussageabwechslung unterschiedlich als politisch korrekt oder unkorrekt. Bedenkt das, wenn ihr zu denen gehört, die sagen, nein, ich sehe das nicht so. Okay, so ihr Lieben, ich denke, Schluss mit dem langen Geredet. Ich weiß, ihr hasst lange Outros. Wenn euch solche Videos gefallen oder ihr euch grundsätzlich mal über das Thema Autismus beschäftigen, informieren wollt, weil ihr selber Autisten seid und ihr gerne einen YouTube-Kanal von einem anderen Autisten in eurer Abo-Box haben wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Jede Woche mindestens ein neues Video zum Thema Autismus. Und wenn ihr sagt, jo, da ist mal einer, der sagt Dinge, die sehe ich auch so und die sagt sonst keiner, dann könnt ihr diesen YouTube-Kanal auch unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr Lieben, lasst euch nicht unterkriegen. Ich werde jetzt meinem Spezialinteresse nachgehen und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.